Willkommen im verwunschenen Wald. Schaut euch nur um, denn der Wald steckt voller Rätsel und Geheimnisse. Löst sie gemeinsam, dann entdeckt ihr vielleicht einen Weg hinaus. Und wenn ihr es als Team nicht schafft, finden wir sicher ein Märchen, in dem ihr für immer mitspielen könnt. Exit, das Spiel, der verwunschenen Wald von Cosmos.